Nach dem 3-0-Sieg über die DFB-Elf muss die Niederlande am heutigen Dienstag nicht erneut in der UEFA Nations League ran. Stattdessen steht für die Elftal das Testspiel gegen Belgien auf dem Programm. Hier gibt es alle Informationen zum Freundschaftsspiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream. Belgien war am 3. Nations League ebenfalls erfolgreich. Gegen die Schweiz stand am vergangenen Freitag am Ende ein 2-1-Sieg zu Buche. Belgien vs. Niederlande, wo und wann findet die Partie statt? Der Testkick zwischen den beiden Nachbarn ist für den heutigen Dienstag eingesetzt. Ausgetragen wird die Partie im Roi Boudouer Stadion in Brüssel. Ab 20.45 Uhr rollt dort der Ball. Belgien vs. Niederlande, wo kann ich die Partie live sehen? Die Begegnung ist nicht im frei empfangbaren TV zu sehen. Dennoch kann man die Partie live verfolgen. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Rechte an der Übertragung der Partie gesichert. Per Livestream können die Kunden das Spiel zwischen Belgien und der Elftal sehen. Belgien vs. Niederlande Die letzten 5 Aufeinandertreffen Datum Wettbewerb Heimauswärts Ergebnis 9 November 2016 Freundschaftsspiel Niederlande Belgien 1 zu 115 August 2012 Freundschaftsspiel Belgien-Niederlande 4 zu 229 Mai 2004 Freundschaftsspiel Niederlande Belgien 0 zu 120 August 2003 Freundschaftsspiel Belgien-Niederlande 1 zu 129 März 2000 Freundschaftsspiel Belgien-Niederlande 2 zu 2 Werbung Werbung